Keine Ahnung, der Tag war gut, ich glaub da hatten wir 100% Win. War das nicht ein Feiertag? Nein, Curs' Freundin hatte Geburtstag, soweit ich weiß. Ja, das ist ein Feiertag. Für alle anderen. Ach genau, stimmt, Musik aus. Team Rained! Ich mach' noch ein bisschen den In-Game-Sound an. In 2 Minuten 20 ist Dragon Up, das sagt mir Curs' Voice. In-Mate, In-Mate, Redbuff. Oh ja, Alter ey, Curs' Voice. Ich bin die Ghost'n, die Ghost'n jetzt. Also die Ghost'n, In-Mate, Redbuff. Kannst du denn wirklich vielleicht dein Dings ausmachen? Musik, wenn du es auf YouTube hochlädst? Hat er schon. Hast du schon eine? Na gut, dann. Können wir Französisch reden, dann verstehen die uns vielleicht nicht. Wuhi, 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 wuhi. Wuhi, wuhi, wuhi. Sind die eigentlich auch deutsch? Nein, eben nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn, Alter. Aber sind die deutsch? Ja, dieser Trash von denen ist auf jeden Fall deutsch. Hab' ich in der Liste. Ja, Angriff, Angriff, los. Toxtack. Als ob die das nicht wissen, Alter. Anstatt hier einmal reinzuschauen, wa? Schön. Wenig, wenig Sprecken. Wenig, wenig Sprecken. Von wegen, Alter, ist so verarschend. Mal wieder nach Hause, Alter. Kein Bock zu hinwählen. Ja, ich auch nicht gegen die. Die werden bestimmt unseren Blue-Buff. Oh mein Gott. Wollen wir hier lang gehen? Wollen wir hier lang gehen? Da lang gehen, da lang. Okay, los, 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 los. Die werden wir in unserem Blue-Buff. Einfach, weil es wird hart sind. Catch my... Bin tot. Laneswarp, Laneswarp. Was? Nein. Pssst. Aufgetick ernst zu nehmen, Mann. Oh, Mann, dieser Nostik. Hier ruhig mir ernst. Ist eigentlich Absicht, dass du sieben AP hast. Ja, total. Hab' ich auch sieben AP? Nee, schade. Laneswarp, okay. Also, wir gehen jetzt stopp und takes good bot. Ich glaub, die Match Masteries hab' ich verkackt. Wow. GG Checks. Wirklich. Ja, egal. Ja, egal. Ich hab' den Skara-Wort geübt. Ich hab' den Skara-Wort geübt. Ich kann' den jetzt. Meinst du kannst denn so wie Skara oder was? Nee, ich kann ihn. Was ich verstehe, ist nur hier bei Burren den zu fällen, weil der ist nicht ewig. Warum ist der Dress so klein, Alter? Warum ist der so klein? Hä? Der ist doch voll klein, oder? Wer ist klein? Der ist echt voll klein. Kommt das mir nur so vor, Mann? Der ist echt klein. Der ist voll nach unten geschrumpft. Wer? Der Dress. Der ist so, boah. Der ist evils klein, Mann. WTF? 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 Der Dress ist klein, Alter. WTF? 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 Ja, tatsächlich, der ist ja Mini. Ich spiel keinen Trash mehr, ey. Kein Top mehr. Nö. WTF? WTF? Der is richtig klein, Mann. WTF? Ich scroll'n ja hin, damit er größer ist. Wir können reingehen, top. Ich hab aber noch keinen Stun, aber... Ja. Hoah. Auwaa. Pass auf Vettel kommt jetzt auch rein, ne? Ich jungle dann einfach erstmal weiter. Das bringt mich voll durcheinander, ey. Ich kann nicht spielen, Sirena, oder? Oh, der will battle, der will battle. Ah, der hat schon aufgegeben. Mini-Thresh, GG. Mr. Mobs, guten Tag. Du hast ihn nicht bekommen. Dann doch mal ruhig, okay. Kimsor, Levenix und Sick B, guten Tag. Wer ist noch mal deren Jungler? Na, Fiddle. Fiddle, oder? Fiddle sticks. Fiddle Castro. Hast du ein bisschen zu viel in der Schule aufgepasst, oder was? Oh, ja. Den Namen hab ich irgendwann mal gehört. Fiddle Top. Ich bin zu laut. Oh nein. Nice feet. First Blood. Ich wollte auch nichts. Best Flash EO Best. Du musst jetzt HH in Chat schreiben. Ah ne, wir sind ja gar nicht in Solo Queue. Danke, gell. Also der Fiddle, der nervt mich hier, ey. Er kann mich mal kreuzweise... Please. Tu das zurück. Bist du Toxic, oder was? Wie soll ich dich reporten? Nee, der Toxic ist Toxic. Nenn ich doch T0SK. X. Tosk, also? Toxk. Zu schutz. Ist voll der... Lieber wurde ihnen verloren. Ist voll tank Любal? Fürou. Ja, ohne Spaß. Ist vor dem Ask Picker, habe ich geschaut. Ist der Tanker. Okay, die ist Tanker und immer kleiner, und auch von unfair. Das war die Schwуска. Das ist... Wollte ich nicht. ...chos pick. Die cheaten. Der Thresh, ey, der ist richtig klein, was ist das? Klein? Der ist zu klein und fett, ne? Glaube ich werden den jetzt nie mehr spielen. Fällt doch ganz normal aus. Nee, guck mal wie kleiner der ist. Der ist voll fett und klein. Der ist richtig klein, man. Ich glaube, Teemo ist größer. Mindestens. So stimmt ein versteckter Teemo im Thresh. Wo bleibt mein Shield, Alter? Ja, Junge. Learn to dodge, gell? Ohne Spaß. Alter, richtiger Noob, Adik Carry. Lasted für mich. Kapau, hast du gesehen? Nö. Kapau? Den Lasted hab ich bekommen. Ist gut. Ja, ich weiß, danke. Oh, ich komm. Oh, da kommt der Gang of Doom. Epic, epic, epic of course. Vier Sekunden hab ich mein Q. Flashes. Oh, den kriege ich! Oh, ho, ho, ho. Team? Team? Team, hallo, hallo. Apfel Ulti. Hab ich nicht. Ja, und? Viertel kann jetzt keine Flash, ich wollte nirgendwo machen, ne? Ja, Viertel kein Flash. Ist gut. Ich, ich Q jetzt die Jings. Also nachher. Und dann töten wir die. Okay. Okay. Hier war Viertel. Bei mir, bei den Wölfen. Kapau, hast du gesehen? Trocken. Noriana, kommst du dir dafür? Jaaa. Die hab ich auch gesehen. Der ist so klein. Der ist so klein. Oder auch nicht. Halt ich mal vom Backporten ab. Gut, danke. Hör auf zu treffen, jedes Mal. Ey, hier ist so ein Viertel. Gibt der Mann ne Chance. Gibt der Mann ne Chance. Skilled Mann, die Ulti auf Toplane mit Kassig. Äh, äh, der Drang gewartet. Klar. Ich auf Toplane. Klar. Die Doge nicht, Alter. Bis einfach außenrum, der hat keinen Mana. Wir könnten easy. Der erste, der von uns schürbt, ist ne Arsch, doch. No. Der hat keinen Flash. Lass mal Kill holen, lass mal Kill holen, lass mal Kill holen. Oh, nice Kill für mich. Du kriegst Schild. Ach, nein Mann, ihr KS-t mir! Der ist gewartet, der ist gewartet. Kommt, Drake, kommt, Drake, kommt, Drake, kommt, einfach, Drake. Beil durch. Wir haben zwei Assists bekommen. Ja, zwei Assists ist genauso viel wert wie ein Assists. Nö, das ist aufgehört. Smite 15. Smite 15. Der oben fehlt und ich hab keinen CP. Wird mal nicht so low, okay. Smite immer noch 6. Meins. Nice. Achtung, Oriana, also Basic Arena. Wollen wir die umbringen, oder? Wollen wir die umbringen, oder? Ja, das ist super. Natürlich, wir sind Level 6 geworden. Ich auch. Ich auch. Wenn du eigentlich absichtlich die Dinge gemasht, weil die in der gleiche Liga sind. Er holt die nächste Wave. Blubuff wäre ja richtig geil übrigens für mich, weil... Meinst du, ob die ge Q-Snaped haben? Ja, natürlich haben die ge Q-Snaped. Ja, die wollen Revenge, wir haben jetzt zweimal gesiegt, aber... Der hat nicht geantwortet auf meine Frage. Hast du... Ach... Schimmelhäse. Ich mach eben noch Wölfe, dann kannst du sofort Blubuff haben. Oh mein Gott, was geht da ab? Was geht da ab? Oriana hat moved hierhin. Ja, pass auf, einfach. Meine Fusio. Die wird gleich Mitte kommen, sonst verliert sie die ganze Wave. Ist auch noch ein Geppernchen. Oh mein Gott, hier ist... Kein war dich hin! Ich bin ja schon weeeeg! Kann man was machen? Ich bin ziemlich low. Ich bin ab keine Harners halt. Das ist halt... Das ist halt... Ne, der hat gut... Der hat keinen Flash, der hat keinen Flash! Er hat keinen Ulti! Er hat keinen Ulti! Er hat keinen Flash und jetzt kein Ulti! Jaja, jetzt kommen wir rauf! Elf Sekunden! Lulu hat kein Mana, gell? Und wenn ein Toplayer noch kommt, dann bleibt der andere. Ich sollte jetzt weg. Klas 6! Jetzt kommt Ulti, ching, ching, schatze. Er hätte da nie reingehen sollen. Oh fuck! Okay. Ich dachte, wir wären zuerst schon mit den Stunnen. Ich hab oben geguckt, Alter! Na ja, gut. Oh Leute. Sag doch an! Ja, ihr hättet da nie draufgehen sollen oben, das war richtig. Ja. Ich weiß nicht, dachte Affe meint, ich soll raufgehen. Ja, ich dachte auch, wir machen da was. Oder wir kriegen uns wieder hin. Ich hab die ganze Zeit gesagt, dass ich keine Mana hab. Zahle, schau. Ja, wir hätten einfach nicht zum Blu-Buff hingehen sollen. Eury hat das so auf, wie hast du da hin gemoved? Ja. Eigentlich... Na ja, mein Fehler. Aber das da unten war nicht mein Fehler. Ja, Scunberg hat einfach... Ja, das ist so lange... Eury hat jetzt Double Bluffen geguckt. Ich dachte, der wäre bereit. Ja, in P. Aber wie ist der Viertel denn so schnell da hingekommen, Alter? Ich weiß nicht. Wir hätten halt direkt zum Blu-Buffen sollen. Ich weiß nicht. Wir hätten eigentlich rausgekennen sollen... Alter, K6 kann man noch, aber wir hätten rausgekennen sollen, dass er... ...viertel sein Wettel ist. Und die kriegt den Terror. Ja, das stimmt. Ah, jetzt ich mir. So obvi ist dahin gemoved, denk ich. Ach, scheiß ich. Wenn du, wenn du versuchen den wegzusmiten, hättest du... Also wenn du Smite abgabt, hättest du den geklauen können, weil... ...der hätte den Fail gesmite oder nicht gesmite. Scheiß mal auf Blu-Buff, Alter. Er hat einfach mit so einem Ding ganz genommen. Ultimate hat er genommen. Mit Ulti, ja. Ja. Aber du hättest dann, wenn du Smite abgabt hättest, dann... ...dann kann er wegnehmen. Ja, egal. Beck ist jetzt geübt im Tower-Buschen. Mit Evelynn, ja. Äh, tschüss. Wenig zu tun jetzt. Oh, ne. Das geht jetzt mit T, glaub ich. Knappen. Ich glaub, du kannst Bot ganken. Die haben hier nichts gebordet. Jetzt geht's aber. Okay, kein BT aber trotzdem. Ja, ich move jetzt runter, aber pass auf. Nurianna fehlt. Pass auf, ich kann nicht, ich geh nicht, ich sterb. Aber... Ich dachte, er hätte schon geflasht. Oh mein Gott. Ne, der hat nirgends geflasht. Ne, ich dachte, er hätte grad oben geflasht. Hier, wer gefeiert hat. Die großen noch eher da. Ja, schon. Ja. Warum sag ich überhaupt, dass du gangen sollst? Dann guck, die gehen jetzt weg. Ja, da ist ein Pink-Bot drin. Macht Fiddle Party-Bot. Ja, wo Fiddle ist Bot. Fiddle ist Bot. Wir sollten das nicht fighten. Jetzt sollten wir gehen. Guck mal, jetzt ist der ziemlich weit raus. Ja, ich guck mal. Fiddle hat schon wieder geflasht dafür. Oh mein Gott. Ich gehe nicht rein. Ich gehe rein. Ich gehe rein. Keine Schilder. Ich gehe rein einfach. Uriana kommt. Ja, wir gehen doch schon. Ja, gut. Oh mein Gott, dieser Backport-Aip. Ja, der kann nicht mehr ab. Uriana hat ein Level über mir und zwei Kits mit Double-Wuff. Der kann ich nicht verloren. Chirrtl mich sonst einfach im Jungle. Ja, 2 für 0 warf. Orianna von hinten, pass auf! Ich kann dir entgegenkommen, aber ich weiß nicht ob das hilft. Ich bin safe, ist kein Problem. Dings ist weg. Wir wollen Mitte pushen. So aussieht. Wir wollen gerade keinen CP ab. Ich kann nicht mitdeffen. Gar nicht, einfach nicht. Der Fiddle war tot, bevor er Damage gemacht hat. Das wäre so dumm, von Fiddle reinzugehen, ne? Ich glaube nicht, dass die weiter pushen. Moment. Scheiß Kaffee oben nicht, Fiddle, ne? Jinx ist Mitte. Ich saug mich hier oben. Ich saug mich hier oben. Können wir nicht pushen? Ich will nicht. Orianna ist Fiddle, ich chill. Ne, Orianna ist noch hier, aber... Fiddle ist bald. Oh, Sun ist vorbei. Und er hat seine E-Mona nicht. Die Jinx hat noch keinen BT, ne? Hey, du hast Hex mit Boots gekauft. Ich treue ihn gerade. Unser Blue ist ab. Deren auch schon. Dring ist auch ab. Hier ist ein Fiddle. Die wollen jetzt vielleicht zum Dring. Ne, komm zum Blue Wolf. Ja, die machen Drake. Oder will der Kulte Tee oder? Ja, dann gehen wir rein. Hast du ein Drinket? Schwerst Drinket rein. Okay, die machen noch nicht. Die machen die. Fiddle ist richtig low. Richtig low, glaube ich. Halber. Ne, nicht mehr. Aber, ne? Wir müssen... Orianna, die zu stört Drakefights... Wir sollten nicht rein. Doch, wir sollten rein. Die werden komplett gesplittert. Wir hätten einfach kein Letzt tun können. Da, 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 da! Den Watt. Oh mein Gott. Falscher Knopf. Oh, wieso scherzi? Ah, Gita jetzt nicht drauf stehen. Ich stand eigentlich drauf, keine Ahnung. Ja, der ist tot, der ist tot. Oh, ulti für mich. Bergauf, bergauf, bergauf. Pass auf, Fiddleau. Pass auf, Fiddleau. Oh lol, was macht die? Drake, 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 Drake. Ja. Sorry, Alter. Ich hab auch so den R gedrückt, nicht Flash. GG, ey. Aber ich muss das heute noch benutzen wahrscheinlich. Auch der CP, ne? Ne, gerne. Ich kann eine Towers down, Towers down, Towers down. Solltest wir aufhören sich hier haben. Ja, das Problem ist, wie ich da gestorben bin. Bei dem Gage, wo Affe mich gebetet hat. Jo. Achso, achso, ja. Ja. Farm einfach deine Items zusammen und dann machst du hier alles. Ich hab also deine Lane verloren. GG. Nein, das kann auch sein, das ist wegen Eingerost. Dex, weil ich die letzte Plage nicht gespielt habe. Bill ist bot. So, wir können jetzt deinen Blue-Buff machen. Oh, hier ist es mit Dings. Ich probiere noch Top-Mitte zu pushen. Kapau. Yes. Kapau. Eau, eau. Ich glaub, der will dich aufhalten. Nein, nein. Ich hab auch 2, über 2.000 Gold. Fiddle macht deren Blue. Irgendwann Oriana wird er gleich hingehen. Ey, geht er nicht. Ich weiß, dass wir den Botlane-Tower verloren haben, so ohne Grund. Ah. Ich kann ihn auch nicht tun. Ich hab ja gleich rein, dass ich durchpushen, aber es... Nee, ist ein Mord. Gibt 2.200 Gold, ich will halt unglaublich gerne back. Die kommen mit, ich gucke. Aber die kommen mit. Die geht halt immer... Wir kommen auch mit. Wir kommen auch mit. 8 Sekunden hab ich Ulti. Ich glaub, der hat hier gewordert. Ich geh back, glaub ich. Ich muss back. Ich brauch 3 Items. Ich hab 2.000 Gold. Oh, get the fucker. Ja, die wissen es, die wissen es. Natürlich, wer ist denn den Jass? Und die wollen auch von da... Richtig aufpassen, ne? Vor Dings... Äh, Oriana. Pass doch auf, Fiddle will von da rein, Leute. Die mal wahrscheinlich... Fiddle... 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 Ja, klar. Fiddle... Ja... Die können einfach... Wir brauchen extrem viel Vision dieses Game. Und dürfen wir eigentlich gewinnen. Aber mit Morgana können wir die Engage... Und Gordai und Lulu können wir Engage das eigentlich relativ gut blocken. Ja ich hab CP ab. Das heißt ich kann... Wir müssen dann selbst irgendwie eine Engage einfach mal hinkriegen. Dürfte nicht so zu schwer werden. Die lassen sich ziemlich geil... Engagen irgendwie von mir. Die ganze Zeit. Ja, äh... Fiddle... Vielleicht genau hier, ja. Ich kann rein, der würde Start drauf porten. Fiddle... Wahrscheinlich hier. Fiddle... Da hinten ist der... Mit dir auf. Vor lang keiner, der du in Mitte mehr gesehen. Aber shit, die keiner mehr. Die Fiddle... Ganz hinten. Wir wollen sie genervt fahren. Das ist immer noch stark. Ein Lichman wurde genervt, aber die nicht. Da auch. Sie wurde genervt. Echt? Ja, vor allem 4 Punkte. Na, schade. Uh... Sie wurde gerade erst genervt. Sie wurde gerade erst genervt. Sie wurde gerade erst genervt. Sie sind viel stärker als sie. Ich hab noch cooler an. Ich hätte rauf gehen müssen. Ich war aber zu weit hinten. Und am Tower ist glaube ich nicht so die coole Idee. Da K6 Komponenten rein. K6 Komponenten rein. K6 Komponenten. Passt auf. Kann trotzdem easy fighten. Glaubt mal. Ja, wir dürfen einfach nicht so in der Mitte... Hat einer da eine Ward für Jacks? Loll, was macht die Jinx denn? Wo läuft die denn hin? Boah, töte die. Was macht die jetzt? Alter, ist die steif? Okay, der Flash ist. Das ist C. Also... Ich konnte mal nicht sehen. Ich hab einfach eh drauf gekriegt. Ich hab einfach eh drauf gekriegt. Ich hab keine Ahnung, wir haben die gekriegt ey. Die sind... Neh... Wir nehmen... Wir nehmen weiter. Scheiß auf Toplay. Wir können weiter pushen. Achso, wir wollen weiter pushen. Oh fuck. Obwohl DC und so Fairplay und sowas. Oh mein Gott, der Friddle! Ist einfach so ein toter Stock. Ich mein, die ist ja wieder da. Die hat ja DC geschrieben. Das war... Keine Ahnung. Achso. Ich muss... Ich muss Top-TPen, ne? Fuck! Ne, 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 ne. Scheiße. TP ist noch raus. Ah, 6 verrecken. Geht einfach weg. Geht in. Boah, bitte nicht. Tiltet die Mark. Schön, schön. Red nach rechts, red nach rechts. Ich hab noch Exos. Wenn wir uns auf den konzentrieren, können wir nicht umflatschen. Ich hab noch Exos. Ich hab noch Exos. Ich hab noch Exos. Ich hab noch Exos. Ich hab keinen TP, ich hab keinen TP, ne? Jetzt, jetzt, jetzt. Alles drauf. Schön. Schön. Ah, den Pils. Oh, nein. WTF, wo kommt die denn her? Schön. Krass. Ich konnte auch nichts mehr machen. Ich hatte keinen Flash. Scheiße. Alter. Darauf konnte ich nicht mehr gehen. Das war viel zu heftig. Damit hab ich nicht gerechnet, dass die Orion dann noch hinterher geflasht oder irgendwas. Das wär ich auch da gewesen. Ich hab dir nicht gedacht, dass die so schnell ist. Jei. Das war echt gut gemacht von ihr. Kann man nichts sagen. Aua, 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 aua. Arsch. Ich muss halt irgendwie noch hochfirmen mich irgendwo. Keine Ahnung. Du hast ja wenigstens Blade, ist ja okay jetzt. Hier steht ne Ward, genau an dieser Ecke drin. Ich glaub die nehmen unseren Red Buff oder sowas. Der ist hier. Wir nehmen wollen den Ecke. Ja, drauf von hinten. Ich war nicht im Smite-Range. Oh, 4, 4, 4. Du bist tot. Das ist K, Alter. Du hast abgebrochen. Ich bin noch nicht tot. Ich geh top durch, ne? Auf, Viertel, Viertel, Viertel. Wir bringen genommen. Ich war hinten Ren, aber mhm. REN! Ich hatte auch keine Ulti ab für diesen Fight. Hätte ich Ulti gehabt, wäre das anders ausgegangen. Ja, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Achtung, Achtung. Dann rennen, 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 rennen ab, aber ich soll. Das ist einfach, wenn der weg gehen soll. Hol, die Flashes. Hier, steh ich hier. Lol, 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 lol. Execute, Mann, mit 11. KZX kommt top. Push einfach weiter hoch. Der hat keinen AP, das ist. Wenn der jetzt kommt, klatsch ich den. Nja, der ist hier. Der ist immer noch Mitte, hol den zweiten Tor mal. Jetzt habe ich Ulti. Oh mein Gott. Nice. Job. Job. Der E hat noch gereicht, ey. Arbeit. Aber ich musste aufpassen. Hier steht ein Award drin, ne? Pass auf. Bot fahren, Bot fahren. Irgendjemand. Shit. Viertel, finden wir gut. Zweieinhalb Wave gesnipet werden oder was auch immer. Zweieinhalb Wave Spot. Jo, ich geh jetzt. Ich hab halt den Tower auf Halbleib gepusht, ungefähr. Ja, ist gut. Da kam Trash und viel. Ehm, Dragon. Wenn der überhaupt noch da ist. Wenn wir da gerade keine Wischen. Ne, ich glaub nicht, dass wir da hingehen dann. KZX hätte den easy alleine machen können. Ich hab in 30 Sekunden TP. Soll ich splitten oder soll ich? Soll es kommen, glaub ich. Weiß ich, wenn du jetzt. Muss halt einfach, wenn du sobald du den KZX 1 gegen 1 besiegen kannst, sollst du das splitten, aber... Weiß nicht, ob du das kannst. Wenn du TP hast, sollst du desplitten. Meiner, meiner, meiner. Ich werd springen. Ich bin grad aufm Weg. Wenn wir da noch was machen können, willst du mich? KZX ist hier. Schnee, die haben Smite. Was soll ich denn machen? Ne, au. Die hatten keinen Smite. Die hatten anscheinend keinen Smite. Ne. Doch, da war Fiddle dabei. Ja, aber der war... Hat nicht gesmited. Anscheinend. Wollt auf jeden Fall nicht rein, ob jetzt sein... Oh, ist der gesessen, ne? Ich hab jetzt Ulti ab. Wir müssen aufpassen. Wir müssen auf viel aufpassen. Ist halt voll schwer für mich. Haben wir da eine Ward? Oh, wow. Kudi... Diese... Oh, nice. Diese Place verstehe ich nicht. Warum diese Lantern jetzt? Alter, Falter. Lass mal nicht... Lass mal nicht... Oh, boy. Lass mal weg. Wir kriegen das nicht hin. Ne, deswegen... Top, 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 Jungle, Rotaten... Und da Trap machen. Weil... Die in Power pushen... Die gehen in Richtung Life. Die gehen in Richtung Life. Die machen sie nicht. Die machen sie nicht, oder? Die machen ihn! Die machen ihn! Die machen ihn! Ich bin nicht. Die kann auch sein, dass sie hier warten. Die kann auch sein, dass sie hier warten. Ja, die beiden bestimmt mit Fiddlern. Einer mit Spellfield sollte vorgehen oder so. Ich weiß nicht genau. Pass auf... Fiddlesticks ist ein Negative. Ja, die sind alle in der Ecke da. Ah, der Insinn 30 Gold. Das Item so OP. Kappa auch. Geh rein! Oh, sehr schnell gemacht. So, gescheitert. Hier ist ein Kzix. Wir haben ein Kzix. Weißt du, ob ich nicht geslawed hab? Fresser? Oh, der hat seinen Jump nicht hochgescaled. Zerscht, oder? Kzix. Nice. Zerscht. Nice, 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 nice. Da kann man auf jeden Fall machen jetzt. Wir müssen auf die Jinx-Ult aufpassen. Ich weiß nicht, ob sie sie noch haben. Ja, hier im Board drauf und dann springe ich drauf. Wenn die vorkommt, ist sie tot. Ich hab noch Ulti. Ja, hier, 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 hier. Oh, wie soll ich den Ashrite greifen, troffen, Alter? Schau, dass du ihn kurz tankst, Alter. Ich will ihn eh nicht wisten. Nimm das Teil einfach down. Der ist reingejumped. Wtf, der hätte keinen Outfit gemacht? Ihr seid ja alle rüber, Alter. Ey, Affe, ich komm, ich tank. Hier. Ja, ihr müsst weiter machen. Ihr dürft nicht abhauen. Ja, ich bin tot. Halt ab, haut ab, haut ab, haut ab, haut ab. Und dann weg, weg. Einfach weg. Boah, ist der dumm, Alter. Das Biddle kommt von hinten. Jetzt aber zurück, Alter. Halt ab, Affe und ich sind am verrecken, gell. Es kommt mit dir draußen. Ich war aber, die wusste, dass ihr das überlebt. Äh. Hallo, ich musste die Xen erstmal, die Chinks erstmal holen. Ey, ich setz deinen Schnauzen. Arr, ich hab schon Epic Flash gemacht, muss ich sagen. Ja, also, der Wurm hat mich fast verprügelt. Wollen mit C9, was soll ich. Ich hab TP mit Homegars, ich irgendwo reingehe. Ich hab Affe gerettet. Ich geb Wartner, hab ich ... Soll ich drauf gehen? Ich kann, glaube ich, jetzt Wunder-Wunder-Wunder den K6 legen, glaub ich. Egal, außerdem sind hier Minions. Minions! Pushing Minions! Oriana ist bald. Obwohl ihr mal das Red trinket. Brauchen Vision Control. Diese Jungle-Steals hier, WTF. Wrap-ups ab, Lucan. Noska soll ich vielleicht auch das Red trinket holen. Obwohl er splitpusht. Gehen wir mal in die Mitte, oder? Ja. Ey, wenn ich wieder eine Ulti auf dem Viertel draufkriege... Glaub nicht. Der hat jetzt ein Hourglass. Oh, Volk, ich hab's doch nicht ausgegriffen. Egal, er hat kein Ulti. Oh, LOL! Egal, er hat kein Ulti, es geht gut. Wir können den Turm easy nehmen. Nicht da hin, da hin. Ich hab leider nicht die Range dafür. Ich hab das Jungle Item nicht. Oh, Thresh von der Seite! Ey, da ist ein Pink, da ist ein Pink. Ja, vorhin Tox... Äh, Nosk, sag ich... Tox, sag ich schon, Alter. Ne, 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 nicht da fighten! Ein Viertel! Ja. Was für ein Turm nehmen? Der hat 700 HP, das ist 4 Autos. Ah, dieser greedy ADC, ne? Was, ich wollte den kleinen. Ich geh wieder top, ne? Bleib, 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 bleib. Bleib, bleib, bleib. Oh, wow. Oh, ich hab doppelstens mal raus. Äh, wir wollen nicht da hin, ne? Das ist die richtige Entscheidung. Ja, guck dir an, wie laut ihr seid. Ja, ich hab dafür mehr, mehr Folk rausgekriegt. Guck dir an. Die wissen, dass ich hier bin. Ich hab CP ab, Mann. Lass mich top dafür. Ja, ja, geh. Jetzt können wir alle top. Und der und Red ist ab. Nehm ich. Nehm ich. Nehm ich. Meinst du, wir können die top trappen? Hier in den Viertel? Viertel? Oh, Viertel. Ja, komm, wir nehmen top. Die sind noch mittel. Der hat keine ulti. Leute. Keine ulti? Oh, der ulti. Oh, nicht. Back, 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 back. Oh, wow, mein Flash. Huhu. Ich hab auch geflasht. Oh, shit. Der hat fast gesessen, Mann. Ja, die Combo von denen, ganz gut. GG. Cutie Pie.